Mit was fahren die? Uuuuuh, Italie geht ja, und? Total, was ist denn das? Tommi drückt, Tommi drückt! Tommi drückt! Das ist Konkurrenz. Aber die Kurve habe ich super geholt. Das ist Konkurrenz. Das ist Konkurrenz. Das ist Konkurrenz. Das war's. Das war's. Was ist Konkurrenz? Das war's. Das war's. Aber hoffentlich funktioniert meine Kontrolle, nicht dass es anfängt zu bremsen, du weißt ja, wir select immer gerne den rückwärts, ruhig, Gang ein, stabil bleiben, stabil bleiben, ruhig, stabil, Konzentration, äh, für Gott, du weißt es, mein Controller, ich vergiss, ich vergiss jedes Mal, ich fahre am Laden vorbei zwar, ich bin die letzten Tage sicher dreimal bei dem Laden vorbeigefahren, ich war einmal sogar im Laden drin, aber ich habe vergessen, Controller zu kaufen. Nee, ich bin oldschool. Ohne meine Bestellerei, nee, nee, nee. Im Laden treffen und schöne Frauen, schöne Verkäuferinnen und so. Untertitelung des ZDF, 2020 7,9 Sekunden Bisschen, bisschen, oh oh Ein Abstand ist stark Ein bisschen Abstand ist stark Keine persönliche Bisszeit Es geht noch besser Es geht noch schneller Irgendwie sind keine Fehler erlaubt Es gibt nur 2-3 Stellen wo man schnell respawn kann Aber die Kontrollpunkte nicht zu weit auseinander sind Aber sonst ist richtig vorsichtig So So Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020